Servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, Nick Wiedemann und heute auf dem TryBike unterwegs. Es kam jetzt schon lange nichts mehr auf dem YouTube-Kanal, aber wir wollen jetzt demnächst vielleicht ein bisschen öfter was filmen, wenn jetzt das Wetter nicht allzu schlecht wird. Ich bin heute hier mit dem Benni, der steht hinter der Kamera. Und genau, wir fahren jetzt einfach ein bisschen Radeln und gucken, was sich so für Spots finden lassen. Wir sind jetzt schon am ersten und der ist eigentlich ganz cool. Da haben wir zwei so Holzplanken, wenn man das so nennen kann. Da reiht der Plan Bergwilop rüber. Dann auf die abgeschnittenen Baumstämme hoch, Bergwilop über jeden Baumstamm, dann auf den langen Baumstamm rüber und dann noch Baumstamm-Gab, keine Ahnung, das seht ihr dann eh später. Genau, ich habe gesagt, das versuchen wir jetzt mal zum Warm-up als Warm-up-Line. Genau, hauen wir rein. Also, als zweites versuche ich jetzt zum 180-Gab über die zwei Holzdinger. Ja, das wär's eigentlich. Also, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen, am Stadtsaal. Genau, wir fahren jetzt immer ein bisschen, schneiden ein kleines Ende zusammen und am Ende vom Video sehen wir uns dann wieder. Adsenseiter. Yes, let's go. Und jetzt geht's. Oh, 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 oh. So, jetzt hatten wir eine geile Session, haben ein paar coole Clips gefilmt und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Jetzt werden wir in Zukunft sowas hoffentlich ein bisschen öfter zustande bringen. Danke an den Benni, der hinter der Kamera ist. Instagram ist natürlich auch unten verlinkt. Mein Instagram natürlich auch, könnt ihr mir auch folgen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, bis uns beim nächsten Video. Haut rein! Bist du jetzt bereit? Nach 8 Mal geht's jetzt. Okay. Also, Servus Leute, was geht? Und herzlich willkommen auf meinem YouTube, 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 nee, nee, nee. Alter. Alter. Ähm, und genau, das hätte ich gesagt. Fangen wir mal an. Oderlr. modelלא. Sachs Battler. Das grace-belast. A pres civiles Ziel ist. receiv. Sagts. 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 Bis zum nächsten Mal.